Herzlich Willkommen beim Brave in One Podcast. Wir sind Tim und Alin und wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, Paaren dabei zu helfen, eine glücklichere und erfülltere Beziehung zu führen und dabei mutige Schritte in die Zukunft zu gehen. Jede Woche teilen wir hier mit dir Gedanken und Erfahrungen zum Thema Partnerschaft. Schön, dass du heute dabei bist und etwas Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in der heutigen Episode. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Brave in One Podcast. Super schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast. Ich nehme dich heute mit in ein ganz wundervolles Thema. Man könnte fast schon sagen in eine Liebeserklärung an Beziehungen selbst, an Partnerschaft, aber auch an Beziehungen und Freundschaften und Beziehungen in der Familie. Ich möchte einfach heute mit dir darüber sprechen, wie wichtig eigentlich Beziehungen und vor allem gute Beziehungen sind. Wie wichtig eine ausgeprägte Beziehungsfähigkeit ist, die übrigens erlernbar ist. Und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie sich auch die Gesellschaft verändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie sie sich auch weiterentwickelt hat, was es für Veränderungen auch in der gesamten Beziehungswelt gab, negativ, aber auch positiv, was ich so primär auch beobachte. Und natürlich drei wichtige Facts über Beziehungen. Das ist so heute so das, was ich mit dir besprechen möchte, was ich dir heute mitgeben möchte. Einfach wirklich nochmal zu sagen, wie wichtig vor allem gute und starke Beziehungen sind. Und damit möchte ich auch so ein bisschen einsteigen, denn wir Menschen brauchen einfach gute Beziehungen. Wir sind Bindungswesen und wir sind nicht dazu gemacht, alleine zu sein. Corona hat es uns die letzten zwei, drei Jahre ja auch schon ziemlich deutlich gemacht, dass Einsamkeit nur noch kränker macht, mental, aber auch körperlich. Wir sind nicht dazu gemacht, alleine zu sein. Und es ist einer der wichtigsten Ressourcen der heutigen Zeit, wirklich tiefe Verbundenheit zu erleben zu anderen Menschen, Beziehungen auf Augenhöhe zu leben und daraus auch Kraft zu ziehen. Es gibt tatsächlich auch einige Studien, die die Kraft auf starker Beziehungen belegen. So ist es tatsächlich sogar so, dass man Schmerz besser aushalten kann, wenn ein geliebter Mensch die Hand hält, während der Schmerz passiert. Die Herzfrequenz geht dann runter. Ist das nicht faszinierend? Was das für Auswirkungen haben kann, wenn wir wissen, dass wir geliebt sind und Liebe weitergeben können? Ich bin wirklich, wirklich, wirklich fasziniert von dem ganzen Thema, falls du es noch nicht bemerkt hast. Und finde es immer wieder so beeindruckend, wie wir Menschen ticken, wie wir Menschen in Beziehungen ticken, wie wir Menschen funktionieren, was wir brauchen, um auch erfüllt zu sein, persönlich erfüllt zu sein. Und natürlich, es gibt unfassbar viele Lebensbereiche. Und da kommen wir auch schon so ein bisschen zu der Entwicklung unserer Gesellschaft. Es gibt total viele Lebensbereiche. Und unsere Gesellschaft ist aber so ein bisschen, ja, hat sich so dahin entwickelt, dass es irgendwie gerade auch so ist, ja, Hauptsache viel Erfolg in den Lebensbereichen, irgendwie Job, Finanzen, materielles Fitness, dass man da möglichst erfolgreich sein sollte, dass man in seinen Job investieren sollte. Und viele dann halt auch einige Jahre das machen und dann aber irgendwie so merken, ja, jetzt habe ich den ganzen Erfolg, aber mit wem kann ich ihn denn teilen? Die ganze Gesellschaft hat sich so ein bisschen mehr dahin entwickelt, dass man nicht mehr so viel wie früher irgendwie in Communities oder in Dörfern lebt oder in kleineren Gemeinschaften, sondern dass man mehr eher alleine lebt. Es gibt viel, viel mehr Hausstände in dem Sinne von ein bis zwei Personen. Keine Großfamilien oder Familien mehr, die irgendwie zusammenwohnen, was an sich ja nichts Schlechtes per se ist, aber man kann daran einfach beobachten, dass viel mehr Menschen auch oder dass ja der Hang dazu entstanden ist, dass man eher alleine ist als unter Menschen. Und das heißt auch nicht, dass man jetzt immer unter Menschen sein muss, um glücklich zu sein. Es geht einfach darum, dass du in deinem Leben ein paar verlässliche, gute Menschen und Beziehungen hast, auf die du dich wirklich, wirklich verlassen kannst, wo du weißt, du bist so angenommen, wie du bist, wo du weißt, dass du ja denen alles erzählen kannst, dass du offen im Umgang sein kannst, dass du dich verletzlich zeigen kannst, dass du dich wirklich auf diese Person zu 100 Prozent verlassen kannst. Und dann können solche Beziehungen und auch ganz explizit Partnerschaft wirklich etwas ganz, ganz Magisches hervorbringen. Denn da ist einfach die Möglichkeit in diesem geschützten Raum, wo du dich verletzlich zeigen kannst, wo du wirklich du selbst sein kannst, dass du dich halt eben auch weiterentwickeln kannst. Und das ist so, so, so genial. Wirklich. Und ich bin ja immer wieder ganz begeistert davon, was dieses, ja, was so diese Beziehung, wenn man sie denn wirklich gesund und auf einer guten Basis lebt, was sie alles für ein Potenzial hat. Es geht nicht immer nur darum, dass man selbst glücklich ist, dass alle Bedürfnisse befriedigt sind, dass immer leidenschaftlicher Sex da ist. Darum geht es gar nicht unbedingt zwingend in Beziehungen. Nicht immer zumindest, dauerhaft auf einem Level. Beziehungen sind nicht linear und auch eine Partnerschaft ist nicht linear. Aber das ist halt irgendwie auch das Schöne, dass man verschiedene Phasen miteinander erlebt und man so einen Lebensbegleiter gefunden hat, der einfach halt auch da ist, wo man wirklich sagen kann, der, ja, der begleitet mich jetzt mein Leben lang, auf den kann ich zählen und der ist da. Und in allen Phasen in meiner persönlichen Entwicklung, aber auch zusammen, geht man halt gemeinsam durch. Und in dieser Beziehung kann man wachsen. Dadurch, dass der Partner oder die Partnerin einen spiegelt, kann man wachsen. Ich sage immer, Beziehungen sind der größte Persönlichkeitskatalysator überhaupt. Ja, man kann heilen, man kann wachsen in Beziehungen, man kann sich persönlich weiterentwickeln. Also, die sind wirklich ein ganz wunderbarer Spiegel, wenn man sie so nutzt. Und wenn man nicht durch seine Prägung, ja, vielleicht auch eine Mauer hochgezogen hat, dass man sowas gar nicht mehr zulassen kann. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, aber ich glaube, das ist okay. Das ist, wenn ich so, ja, so ins Leere schaue und dann wirklich so ein bisschen über Beziehungen hin und her philosophiere, aber ich weiß auf jeden Fall, dank meiner Notizen, wo ich stehen geblieben bin. Und zwar war das nämlich die Entwicklung unserer Gesellschaft. Das geht nämlich ein bisschen dahin, so alle meine Wünsche und Bedürfnisse müssen befriedigt sein und nur mir muss es gut gehen. Also sehr, sehr viel ich, ich, ich. Und ich glaube, wir dürfen als Gesellschaft generell wieder dahin kommen, auch mehr in das Wir zu kommen, generell. Als Gesellschaft, aber auch als Einzelperson, dass man wirklich schauen kann, es geht nicht nur um mich. Klar sollte man, sollte man auf seine Bedürfnisse achten. Klar sollte man Standards in Beziehungen haben und nicht einfach sein Herz und sein Körper an irgendwen verschenken. Das sage ich nicht. Aber trotzdem nicht immer nur zu gucken, dass es mir alleine gut geht, sondern wirklich beziehungsfähig zu sein und eben, ja, diese Magie von Beziehungen eben auch erleben zu können. Und das ist halt so das, was ich auch mitgeben möchte. Wir müssen nicht alles alleine schaffen. Und körperliche und auch mentale Gesundheit kommt von guten Beziehungen, stabilen Beziehungen, gesunden Beziehungen, die wir in unserem Umfeld haben. Und Partnerschaft ist dann natürlich ein enormer Pfeiler, wenn man den einfach im Leben hat und wenn man sagen kann, man kann sich auf seinen Partner, seine Partnerin verlassen. Was sich auch ziemlich verändert hat, so in der Beziehungswelt, da möchte ich auch so positive, aber auch negative Aspekte eingehen. Nicht nur die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, das ist halt entsprechend natürlich auch in der Beziehungswelt. Einiges vorangegangen. Vieles ist offener, ja. Es gibt viele neue Möglichkeiten durch einen viel offenen Umgang. Es gibt eine viel mehr Aufklärung, auch im sexuellen Bereich, wo man so denkt, boah, es ist richtig gut, dass darüber mal offen gesprochen wird. Natürlich gibt es immer noch viele Tabuthemen, aber es ist wirklich viel offener und ja auch konstruktiver, toleranter geworden, was super, super Schönes zu beobachten. Gleichzeitig gibt es auch mehr Gleichberechtigung, mehr Vereinbarkeitsmodelle, ja, einfach auch da viel mehr Möglichkeiten, seine Beziehung und auch seinen Alltag auch mit Kindern dann zu gestalten. Was natürlich auch einhergeht, dass viel mehr Beziehungen eben auf Augenhöhe geführt werden. Es ist nicht mehr so dieses, die Frau ist unterdrückt und die Frau darf nicht mehr so viel, sondern es ist einfach eine Beziehung auf Augenhöhe. Außerdem ist ein riesengroßer Punkt, Beziehungen sind in der Regel basierend auf Liebe. Früher wurde nicht immer nur aus Liebe geheiratet, das war auch einfach so, ja, ein sozialer Grund, einfach auch ein finanzieller Grund, das hat man halt so gemacht, aber es war nicht zwingend immer die Liebe, die der erste Heiratsgrund zum Beispiel war. Und das sind wirklich ganz wundervolle, positive Veränderungen, wo man so denkt, ja, das ist richtig, richtig gut. Es hat einiges mitgebracht, dadurch, dass wir uns als Gesellschaft auch weiterentwickelt haben. Gleichzeitig darf man aber auch sehen, dass es halt, ja, in dem Sinn ein paar negative oder halt nicht so schöne Veränderungen gibt oder die halt, ich nenne es mal Herausforderungen. Irgendwann hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, irgendwie die Herausforderungen moderner Paare. Und das ist tatsächlich einfach so, was früher halt kein Thema war. Früher war kein Thema, dass man eine riesige Auswahl an Partnern, potenziellen Partnern hat, dass diese Verfügbarkeit auch einfach da war. Ja, man kann jetzt, ich habe mal gehört, so Date on Demand, ja, man kann einfach bei Tinder, bei Bumble, was weiß ich, kann man einfach reingehen und sich ein Date für heute Abend organisieren. Es ist eine ständige Verfügbarkeit und somit eine riesige Auswahl, oder was das Ganze jetzt nicht unbedingt leichter macht, sondern eher dazu führt, dass man eine Neigung dazu entwickelt, zu schnellerem Wegwerfen, zu schnellerem Spaß und Vergnügen, was kurzweilig auch ganz cool ist, aber was langfristig halt nicht unbedingt, ja, gut ist, wenn du das so unbewusst machst, wenn du unbewusst deinen Körper verschenkst, wenn du unbewusst dich einfach da so reinstürzt und dir nicht bewusst ist, was das eben mit deinem Herzen, mit deiner Seele macht und all diese Erfahrungen in einer gewissen Form in deinem, ja, ich nenne es jetzt mal, Beziehungsordner abgespeichert werden. Ich habe viele Klientinnen in meinem Coaching, die aus jahrelanger Freundschaft plus oder hier mal eine Affäre, da mal eine Männergeschichte, aber nie so richtig irgendwie eine feste Beziehung zu mir dann ins Coaching kommen mit dieser Vorgeschichte. Und all diese Geschichten, auch wenn es vielleicht nur kurze Geschichten waren, spielen eben darauf ein, wie du dich jetzt halt auch in Beziehungen verhältst. Und das ist in dem Sinne so ein bisschen schade beziehungsweise ist da, glaube ich, einfach noch nicht so viel Bewusstsein generell da, was diese ständige Verfügbarkeit und diese riesige Auswahl auch mit uns machen. Macht es nicht gerade unbedingt leichter, sich festzulegen oder sich zu committen. Man vergleicht sich ständig auf Social Media oder anderen Plattformen, wo man denkt, es gibt ja immer noch etwas Besseres, anstatt an der Beziehung zu arbeiten, die man gerade hat. Also es hat auch negative Folgen, dass halt alles immer gerade verfügbar ist und in einer riesigen Auswahl. Außerdem ist tatsächlich, auch wenn man sagt, so boah, es ist viel mehr Aufklärung, gerade in dem sexuellen Bereich, muss ich wirklich sagen, ist mega. Aber so allgemeines Beziehungswissen, grundlegendes Beziehungswissen zu Beziehungsfähigkeit, was ist mein individuelles Beziehungsverhalten? Wie verhalte ich mich eigentlich in Beziehungen? Dass man da die Prägung wirklich entschlüsselt, das ist noch nicht so verbreitet und ich denke mir, hier ist nur so, können bitte noch mehr Leute meinen Podcast, unseren Podcast hören, weil ohne Witz, es ist wirklich ein Herzensanliegen, dass mehr Menschen die ganze Bindungstheorie kennenlernen, dass mehr Menschen wissen, dass die ganze Kindheit, alle ersten Beziehungserfahrungen, die du in deiner Kindheit machst, dass die eben zwangsläufig, direkten Einfluss auf dein heutiges Beziehungsverhalten in Partnerschaften haben. Und das ist die größte Erkenntnis, die wichtigste Erkenntnis, um heute und hier eine Veränderung in deiner Beziehung hervorzurufen. Du kannst nicht dann anfangen zu sagen, ja, wir müssen besser kommunizieren, das machen die meisten, das ist auch cool und bei vielen funktioniert das auch, aber es funktioniert nicht, wenn da tiefliegende Trigger hinter sind, die dich immer wieder in dasselbe Verhaltensmuster drängen. Tiefsitzende Verletzungen und Wunden, wo du als Kind Strategien gelernt hast, einfach zu sagen, okay, muss ich mit umgehen. Das trägst du alles heute noch in dir und den meisten ist das nicht bewusst. Und das finde ich halt so unfassbar schade und deswegen, ja, ist das halt auch so ein Herzensanliegen, das immer noch mehr rauszubringen und das immer mehr Menschen halt eben für sich ihr individuelles Beziehungsverhalten endlich entschlüsseln und viel bewusster in ihren Beziehungen sind. So viel dazu. Kommen wir zu den drei wichtigsten Beziehungsfacts, die ich dir heute mitgeben möchte allgemein, wo wir jetzt gerade bei dem ganzen Thema Beziehungswissen waren, möchte ich dir einfach drei wirklich wichtige Dinge, ich habe dir gerade schon einen wichtigen Nugget mitgegeben, aber die drei Sachen sind auch nochmal total wichtig. Erstens, Beziehungsfähigkeit ist erlernbar und das ist das Coole. Es ist kein Schicksal, was immer dann auf dir liegt, wenn du eher einen vermeidenen oder ängstlichen Bindungsstil hast. Das ist gar nichts Schlimmes. Man kann damit umgehen lernen und man kann vor allem auch seine Beziehungsfähigkeit verbessern. Ja, das heißt, du kannst dich sicherer in Beziehungen fühlen, du kannst besser Beziehungen eingehen und vor allem auch längere Beziehungen führen, ohne dir die ganze Zeit Gedanken zu machen, Gedankenkarusselle zu haben, ohne dir immer Vorwürfe zu haben, schlechtes Gewissen zu haben, dich immer angegriffen zu fühlen in Konflikten. Das sind jetzt nur so ein paar Beispiele. Das muss nicht sein. Und Beziehungswissen an sich hilft das schon enorm, überhaupt ein Bewusstsein da reinzubringen. Der zweite Punkt ist, lange Beziehungen sind möglich. Ich glaube ja auch an die lebenslange Liebe. Manche halten mich dafür bekloppt, ist okay, kann ich aber offen so dazu stehen. Deswegen sage ich immer, lange Beziehungen sind möglich. Es muss für dich nicht unbedingt zwingend direkt die lebenslange Liebe sein. Wenn dir das vielleicht gerade auch noch Angst macht, kannst du da vielleicht auch nochmal schauen, ob du vielleicht einen vermeidenden Bindungsstil hast. Schau super gern, ich glaube es ist Podcast-Folge 118 bei den drei Bindungsstilen mal vorbei. Hochspannendes Thema, Grundlagen-Beziehungswissen. Einmal abgespeichert bitte. Danke. Lange Beziehungen sind möglich. Dafür bist du aber die Basis. Deine Beziehung und deine Beziehungsqualität hängt von dir ab, hängt in dem Maß davon ab, wie bewusst du mit deinen Prägungen umgehst, wie bewusst dir deine Beziehungsfähigkeit ist und wie du eben in Beziehungen agierst. Also, lange Beziehungen sind möglich, hängt aber auch davon ab, dass du an deiner Beziehungsfähigkeit arbeitest, wenn du merkst, dass da einfach immer wieder Dinge im Alltag passieren oder du sabotierendes Verhalten an den Tag legst oder du merkst, dass da einfach immer wieder Gedankenkarusselle sind, die scheinbar aber bei deinem Partner, deiner Partnerin gar nicht so schlimm sind oder du sehr stark mit Eifersucht zu kämpfen hast, kannst du da für dich einfach nochmal dran arbeiten. Dritter Punkt. Du bist aktiver Gestalter deiner Beziehung. Bist du? Noch einmal, deine Beziehungsqualität hängt von dir ab. Wenn du merkst, dass deine Beziehung nicht zufriedenstellend für dich ist, dann bitte ändere etwas. Du musst nicht so darin verharren, ja? Du kannst etwas daran ändern, aber du musst in die Selbstverantwortung gehen. Also lehn dich nicht zurück und sag, ja gut, mein Partner muss mich ja glücklich machen. Mäb, Entschuldigung, aber das funktioniert nicht. Das funktioniert wirklich nicht. Nicht auf kurze Weise, auch nicht auf lange Weise. Beziehungen sind dazu, nicht dazu da, sich einfach zurückzulehnen und zu sagen, mein Partner oder meine Partnerin muss mich glücklich machen. Der Fehler liegt ja bei ihm oder bei ihr. Mein Partner, meine Partnerin kann sich ja noch ändern. Das sind alle so Sachen, das ist nett, wenn man daran glaubt, aber schlussendlich wird es nicht langfristig funktionieren. Das kann ich dir einfach sagen. Deswegen bitte, bitte nimm es in die Hand, geh in die Selbstverantwortung und ändere etwas, wenn du etwas ändern möchtest. Mach dich schlau. Hör hier vielleicht noch die Podcasts rauf und runter. Schau bei Instagram bei mir gerne vorbei. Schick mir gerne eine Nachricht, wenn du eine Frage hast. Aber bitte werde selbst aktiv, wenn du etwas ändern möchtest und du nicht zufrieden bist. Schiebe es nicht alles nur auf deinen Partner oder deine Partnerin. Denn Beziehungen haben wirklich dieses Potenzial, uns die Möglichkeit zu geben, zu wachsen, uns weiterzuentwickeln und auch zu heilen, uns selbst besser kennenzulernen, wenn wir das Ganze zulassen, wenn wir bereit sind und ja einfach so diese, Bewusstseinsebene ist das falsche Wort, aber einfach so diese Ebene erreicht haben, uns darauf einzulassen, Feedback anzunehmen, uns verletzlich zu zeigen und dieses Netz unserer Prägungen auch ein bisschen abzulegen beziehungsweise ja einfach auch erst mal zu sehen. Viele kennen ihre Prägungen gar nicht und können dann noch gar nicht diese hundertprozentig erfüllte Partnerschaft führen, weil sie einfach noch in diesem Netz der Prägungen gefangen sind. Sie spielen unbewusst immer wieder alte Verhaltensmuster ab, kommen in Konflikte, haben Streit, merken, das wiederholt sich immer, wissen aber gar nicht, wo sie anpacken sollen, haben immer wieder Gedankenkarusselle, machen sich viel zu viele, viel zu viele schlechte Gedanken um die Beziehung, investieren rein, kriegen nicht so viel zurück, wie sie denken, denken, sie sind nicht geliebt, haben Angst, dass der Partner oder die Partnerin sie verlässt, also all diese ganzen Dinge. Schau bitte mit einem tiefen Blick in deine Kindheit und überlass das Ganze nicht dem Zufall, denn du kannst aktiver, du bist aktiver Gestalter deiner Beziehung. Jeden Tag, jeden Tag tust du etwas, was deine Beziehung beeinflusst und die Basis bist immer du. Deswegen entdecke deine Prägung, entschlüssel dein individuelles Beziehungsverhalten und finde vor allem Klarheit über deine Beziehungsfähigkeit. Denn wirklich selbstsicher zu sein in dieser wichtigsten Ressource, wirklich gute und starke Beziehungen zu führen, tiefe Verbundenheit zuzulassen, das ist die wichtigste Ressource dieser Zeit und das kannst du erlernen und das ist so das, was ich dir wirklich heute mitgeben möchte. Ja, über Veränderungen der Gesellschaft, über die aktuellen Herausforderungen, auch Veränderungen in der Beziehungswelt, vieles ist super gut geworden, vieles ist noch auf dem Weg, einiges ist dadurch aber auch herausfordernd da und ich möchte dir heute wirklich einfach sagen, es ist möglich, dass du lange Beziehungen führen kannst, eine erfüllte Partnerschaft führen kannst und dass du aktiv deine Beziehungen mitgestalten kannst. Wenn du merkst, dass diese Aussagen, alles, was ich dir heute so mitgegeben habe, dass sich das ja ein bisschen übermannt, dass du merkst, puh, boah, Darlene, wie soll ich das denn schaffen, das hätte ich jetzt gar nicht für möglich gehalten oder ach ja, irgendwie finde ich das ja cool, dass du das sagst, aber so richtig weiß ich einfach nicht wie. Okay, meine Kindheit, ja, die war ja jetzt nicht schlecht, eigentlich hatte ich eine gute Kindheit, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich da gucken soll. Auch ich hatte eine gute Kindheit, viele hatten eine gute Kindheit, aber das heißt trotzdem nicht, dass du ohne Glaubenssätze, ohne Prägung jetzt einfach in deine Beziehung reingehst. Du bist geprägt von Minute 1, sogar in deinem Mutterbauch wirst du schon geprägt. Und das hat alles Auswirkungen, auch heute, auf dein Erwachsenenleben. Egal wie deine Kindheit war, wirst du gewisse Glaubenssätze entwickelt haben. Und wenn es nur so ein ganz kleiner ist, der dich aber heute so richtig piekst und du denkst, boah, ich komme immer wieder auf dasselbe Thema, dann nimm das doch in die Hand und werde aktiv. Ich möchte dich wirklich herzlich einladen dazu, weil es mir einfach wirklich so ein Herzensthema ist und ich möchte das noch mehr, vor allem Frauen, ich arbeite ja mit Frauen im Coaching zusammen. Sorry, alle Männer, aber genau, primär sind es Frauen. Ich möchte dich wirklich herzlich dazu einladen, wenn du jetzt merkst, boah, ich möchte es angehen, bewirb dich für die nächste Heal-Runde. Das ist mein Gruppencoaching-Programm, wo wir in einer ganz kleinen intimen Runde, diesmal von vier Frauen, vier Plätze sind zu vergeben, sind aber auch schon einige, die da gerade ja schon teils vergeben sind, deswegen bewirb dich doch super gerne. Das ist ein Bewerbungsprozess, ich werde deine Bewerbung dann erhalten und meine Assistentin, die Julia, wird sich dann bei dir zurückmelden. Start ist nämlich schon Anfang August, du kannst mit dabei sein jeden Dienstag um 20 Uhr, wie gesagt, eine kleine Gruppe von vier Frauen, wo wir genau gucken werden, deine Prägung aus der Kindheit, was haben sie für Auswirkungen heute auf dein aktuelles Beziehungsverhalten, was sind da vielleicht für Stolpersteine, was möchtest du vielleicht ändern, wie ist deine Beziehungsfähigkeit, wie kannst du sie verbessern, wie kannst du eine erfüllte Partnerschaft führen. Ich freue mich enorm auf deine Bewerbung, wenn du dich gerufen fühlst, wenn du merkst, das ist gerade einfach dein Thema, du möchtest es endlich, endlich angehen, dann bewirb dich. Meine Einladung an dich. Ich danke dir von Herzen heute, dass du mit dabei warst bei dieser wunderschönen Podcast-Folge, das hat mir ganz viel Freude bereitet. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen oder vielleicht auch nur einen Punkt, nimm dir einfach das raus, was für dich jetzt wichtig war, lass den Rest einfach liegen, geh mit allen Podcast-Folgen von uns so um und genau, ich freue mich von dir zu hören, die Bewerbung, der Bewerbungslink für hier ist in den Shownotes und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, ihr Lieben.